hallöchen ihr barnausen da draußen und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde shadow an hongkong da waren wir schon ich habe keine ahnung ich glaube ja ich glaube es in den dingen so hat denn hier hat ist in ihm mit den guards wollen hin da kommen auch noch mehr ist klar ach ja da bist du dir auch wieder alle abknallen ist doch kein problem mein gott scheiße ich kann mir gar nicht heilen schlecht immer dahin auch mal fireball hier unten hin aber alle und feier beide so isobel du gehst mal dahin 162 prozent war ja klar und beide getroffen immerhin ja getroffen geschlitzt wirst du auch noch so sagt tschüss was mit ihm getroffen nicht eine granate granaten sind doof mann da liegt nicht das gut noch nicht da kommt noch mehr ist klar hat der dunkel vielleicht noch irgendwas zum heilen oder ich könnte mich ja selbst halten glaube ich oder kann ich mich ein sauer cnp immerhin das sollte nichts sagen wir bitte nach sauber sauber du wirst jetzt mal kurz weg schlitzen hier hat wie pick up security station card für item dann machst du mal das schlitz 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 so mercy kill kann ich machen und tschüss auf wiedersehen sehr geil so du machst mal bitte das auf denen da geht nicht schade dann gehst du mal bitte dahin damit du gleich heilen kannst ja kommt ihr mal der guide steht ja schon was kommen denn da jetzt alles für für granaten ja ist klar kommt noch noch mehr erst fünf ernsthaft danke nur als erst mal bitte danke dann gehst du erst mal wieder dahin dann wirst du mal den machen auf denen da sehr geil wir sind getroffen so haben wir haben hier wir haben noch flamestrower natürlich wir haben den chain lightning warum kann ich auf denen nicht machen frage warum kann ich nicht auf die schließen war klar das war ist wieder so klar ja genau warum kann ich auf die schließen sind die unsichtbar oder so hallo noch doch nicht immer das schlitzen war klar getroffen getroffen sehr gut warum kann ich denn nicht auf die ach so das sind sind das kumpels ach so das sind kumpels ach die hauen ab und cool trefft doch bitte danke immerhin du willst mich verarschen der steht direkt vor dir die schule muss sich heilen kann er nicht verdammt was auch du weißt immer eben sehr gut und dann gehst du mal zum danke not damit er dich heilen kann sehr gut sehr gut dann machst du mal bitte und dann machst du mal bitte auf denen den schuss mit 14 schaden der ist nämlich am pennen das ist sehr gut da kommt noch einer hey 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 ich bin mir geschmeidig bleiben hier 85 prozent danke sehr gut 390 komm ich wollte einen ab danke nächster so kann es ja gar nicht der sandblaster kaiju du gehst mal den jetzt schlitzen sehr gut noch besser und weggeschlitzt nächster auch gut geht er schon ja mercy kill weg mit dir freund hat er denn überlebt jetzt aber danke so da machen wir mal end dann kommen wir jetzt noch mehr oder auch nicht mach du mal die tür auf nur wo wir sind auf jeden fall noch mehr ich weiß nur noch nicht wo du gehst mal da hin isobel du gehst mal hier hin ist natürlich jetzt eine frage wo ne scheiße ich weiß es nicht danken schieß mal bitte auf die fässer ok heute die tür auf da können wir hacken also heißt isobel kommen wir hier rüber direkt du auch und guide schuh auch gleich weil die können wir nämlich hacken so isobel da oben hin so schauen wir mal was wir da hacken können vielleicht können wir irgendwie den ähm ding jetzt hacken irgendwie den ähm den alarm oder sowas was haben wir denn hier uuuh spellfokus live siphon if target is damaged by this spellcast against 6 oh pass mal auf dann nehmen wir doch den wild aim raus den können wir dann auf den stash kann ich den da reinpacken ja dann sehr geil nehme ich doch gerne ne warte mal da ist ja immer noch take stash ja danke haben wir noch was ne aber das ist doch gut dann nehme ich doch gern hallo so schauen wir mal waren wir hier schon das ist die gute frage guck mal ach schade ne hier war ich noch nicht eigentlich sehr unwahrscheinlich komm ja misst auch noch 30 mal danke katze alarm security matrix ich bin dabei core system projekts communications so haben wir hier 2154 sehr relativ einfach 8212 so doppel nein nein der ist doch schon mal nicht dann kann doch nur der sein so sehr gut aufgeheckt nächste read the mails continue 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 okay nichts besonderes schauen wir mal hier oben operations data okay so 7362 so nächste moment kann doch nur der sein ja da ist es aber da komme ich doch wohl dran only is more resized file headers say something also shut down procedure for lab 12 okay blocker IC password for the assist machine okay komme ich jetzt noch irgendwie weiter großartig gucken wir mal was da drüben da komme ich glaube ich gar nicht hin ne katze aber ich komme noch gar nicht da hin da drüben da ne komme ich gar nicht hin schade was haben wir noch mage die crisis enemy armor nein das brauche ich nicht stash danke so das haben wir gemacht das heißt wir gehen anmelz außenrum hier so das heißt ich kann mich damit selbst teilen das ist ja richtig geil eigentlich mit dem ein zauber solange der schaden kriegt der eine der gegner da ist immer gierig selbst teilen ist immer gut so weiter geht's hier dunkeln auch noch die buletten so du gehst mal da hin schauen ob da wird um elke steht nö doorky pad können wir mal gucken enter code toll warte mal schon haben wir überhaupt was drin lab 12 das könnte dann natürlich sein 4 4 5 2 6 4 4 4 5 2 6 da müssen wir schauen ob der dann vielleicht ist 4 4 5 2 6 sagte er gucken wir gleich mal so danken du kannst auch mal hier irgendwo hin ich weiß noch nicht wo 4 4 4 4 4 5 2 6 der wird es aber nicht sagen weil er glaube ich 4er ist ne oder ne kann es gar nicht sein alles klar da müssen wir ja noch ein code suchen das ist aber frech da ist so was er für ein sign isobel geht mal da hin geizu rennt hier unten hin direkt mal und danken du gehst hier hin aber lustigerweise habe ich noch nicht einen gegner ach ich weiß ich weiß auch was ich auch sehe ich habe da hinten eine tür vergessen also am end was er für ein sign danger in use not end hier ist auch noch irgendwas hier ist auch noch irgendwas ah da muss ich rein ok door keypad was hat der für ein sign security alles klar da müssen wir hin security müssen wir hin so dann gehst du auch mal da oben hin und guten tag ist sogar noch frech frech ist das so iso bildung ist natürlich da wieder rein hacken so kann man die eigentlich noch heilen weil da steht die ganze zeit immer hier dingens oh ja ne no one to heal no one to heal ja vor allen dingen to heal natürlich so danken stellt sich auch mal hier hin geizu kann da ruhig stehen bleiben na so jetzt muss ich mal gucken warte mal die fahren die alle im kreis das sieht fast so aus ne ja toll das geht gar nicht doch geht wohl boah glück gehabt scheiße habe ich doch gesehen mach dich doch einfach vom acker junge warte jetzt achso komm mach dich weg danke hu gut inspect wieso inspect ah 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 wie ich ja immer system trees naja du bist auch so ein system trees aber tritt dir deinen arsch danke 75 prozent immerhin da brauchen wir wieder drei jahre zum schließen das ist ein problem ach ja und wieder ist klar hey so machen man schielt ihn noch sehr geil so und dann schießt du noch mal bitte auf den da was eigentlich mal kaputt geht danke so dann auf den da sauber nicht getroffen war klar sauber und du schießt dann auch nochmal sehr schön so was können wir denn hier überhaupt noch mal medic ok ok ah erstmal system trees runter so ein bisschen wenigstens ich wollte sagen treffen kannst du auch machen ach ja wo die schüsse ne was die dauern ne und dann trifft er sowieso nicht weil dann 41 prozent sind komm war klar sag ich doch sag ich doch was haben wir noch hier er erhoots integrity ach so 50 prozent nur testen wir mal haben wir sogar getroffen krass und gekillt jawoll jipi guten Tag hallo so hab ich jetzt verdrückt Gas 9781 so das ist einfach der nein Moment mal nee da waren weh als letztes der kommt hin kommt auch hin kommt auch hin auch nein scheiße scheiße Mist müssen wir nochmal machen 46628348 auch nicht 48679 verarschen hä hä 18272 was ist denn los hier heute 1142 so jetzt komm der der und das mw der ist richtig ist auch wichtig dann ist das ja mein gott ey wann ist denn da jetzt so schwer dran gewesen meine herren mein herren gott aha lab 12 access code und equipment room door gut dann gehen wir jetzt noch hier lang war klar was sind dann schon wieder so viele ey was ist denn da los mit euch immer echt mal so ich werde mir erst mal selber heilen hier sauber äh boost geben auf schießen sehr schön wenn man gekillt den ein hey so zumindest mal kurz heilen hier so ich habe ja noch hier ok hier sauber und tschüss verdammt verdammt hey 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 sag ich was ist denn da los hier immer pass mal auf du kumpel da oben kriegst du das mal ein so cannot move so striche oh ich kann ihn treffen weil ich so blöd bin mein gott ey aua ich bin jetzt noch mal falsch hingesetzt au habe ich eigentlich mal irgendwann ne auf wiedersehen geht doch könntest du jetzt auch mal dich mal verziehen nein kann er nicht entschuldigung ich würde sagen jetzt werde ich am besten noch getroffen sterben bitte dann halte ich mich halt jetzt noch mal dann halten wir uns halt noch mal weil ich jetzt kann so geht doch ja gott wir gehen mal ganz dezent darum und dann können wir eine ganz genüsslichkeit so 2 9 9 2 so und weiter müsste der sagen ja sehr gut danke solltest du wieder aus ne der schrott so raus hier gut dann würde ich sagen wir werden die folge jetzt erstmal wieder und wir sehen uns beim nächsten mal und wie immer sage ich zu euch wenn euch die folge gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da lasst ein kommentar da ansonsten wieder einen schönen tag einen schönen abend wie auch immer wir sehen uns beim nächsten mal bei einer runde shadow on hongkong schüssingen